Die DiversitäterInnen, der Podcast für Vielfalt, Inklusion und Unconscious Bias im Business-Kontext. Ihr hört unsere Reihe zu Unconscious Bias, warum wir diskriminieren, ohne es zu wollen. Powered bei Erste Bank und Sparkasse. Dieser Podcast wird gestaltet von Diversity Think Tank Austria und Diversity Campus, die Lernplattform für Vielfalt und Inklusion. Wir beschäftigen uns mit Themen der Diversität in ihrer ganzen gesellschaftlichen Breite und in der Unternehmenswelt. In dieser Folge beschäftigen wir uns damit, was aufgeklebte Fliegen auf Männerklos mit Strategien gegen Unconscious Bias zu tun haben. Heute geht es darum, unser Denken auszutricksen und gezielt unser Verhalten zu lenken. Für saubere Klos und gegen diskriminierende Entscheidungen. Mein Name ist Peter Rieder. Ich bin einer der Geschäftsführer beim Diversity Think Tank und führe euch durch die heutige Folge. Mir gegenüber sitzt Maria Bonisch. Sie ist Leiterin des Gesundheitsmanagements und des Diversity Managements bei der Steiermärkischen Sparkasse. Herzlich willkommen. Hallo, danke für die Einladung. Sehr gerne. Wir sitzen hier am Ersten Campus in Wien bei Wasser und Kaffee und ich bin natürlich schon sehr gespannt auch auf die Einblicke, die du uns heute geben wirst. Vielleicht bevor wir da aber hinkommen, so ganz kurz Leiterin Gesundheitsmanagement und Diversity Management. Was umfasst denn dein Job alles? Ja, es ist ein Doppeljob, wie du schon erwähnst. Als Gesundheitsmanagerin bin ich dafür verantwortlich, dass unsere ArbeitsmedizinerInnen, ArbeitspsychologInnen und 70 andere professionelle GesundheitsexperteInnen dafür sorgen, dass unsere MitarbeiterInnen physisch und mental gesund bleiben. Als Diversity Managerin bin ich Schnittstelle zu allen Management-Ebenen, zu allen Tätigkeitsbereichen und damit quasi zu allen unseren 1.500 MitarbeiterInnen in Österreich. Ich bin dafür zuständig, dass Diversität nicht nur im Leitbild steht, sondern dass es tatsächlich gelebt wird. Das beginnt bei der Gestaltung von Arbeitsprozessen und endet damit, dass ich immer sage, ich bin Diversity Managerin, aber das Thema Diversity darf nicht auf meinen Schultern ruhen, sondern es wäre schön, wenn das alle 1.500 Kolleginnen und Kollegen mittragen. Und deswegen ist es mir ein großes Anliegen, Sie auch zu BotschafterInnen für das Thema Diversity zu entwickeln. Wunderbar. Ich habe ja schon ein paar Einblicke bekommen dürfen, was ihr da so tut. Das ist sehr beeindruckend. Da sind wir dann auch gleich gespannt. Wir haben zum Start, haben wir dir ein kleines Gastgeschenk mitgebracht, nämlich ein Kuvert. Und die Bitte wäre, das Kuvert jetzt mal zu öffnen und da hineinzuschauen, was denn da so drinnen ist. Okay. Ich öffne das Kuvert. Was ist denn da drinnen? Licht ab am Tag. Licht abdrehen, wenn es nicht benötigt wird. Das spart Strom und Geld und schont das Klima. Genau. Also eine Art Hinweisschild, das Licht auch am Tag abzudrehen. Ihr seht schon, wir streifen heute ein bisschen das Thema Klimaschutz auch. Wie hältst du das so ganz ehrlich mit Licht abdrehen, wenn du einen Raum verlässt? Es ist immer verbesserungsbedürftig, aber wir machen es zum Thema seit einiger Zeit auch in unserer Abteilung, dass wir uns gegenseitig darauf aufmerksam machen, wenn jemand das Büro für länger oder für ganz verlässt und vielleicht auch mal vergisst, dann wird er liebevoll darauf hingewiesen, dass man das verbessern könnte. Weil heute geht es genau um das, wie schaffen wir es, ein erwünschtes Verhalten zu begünstigen? Kann jetzt ganz banal sein, das Licht abzudrehen, aber eben auch alle gleich und fair zu behandeln. Für das Lichtproblem habe ich jetzt noch ein zweites Kuvert mitgebracht. Bitte das auch mal kurz zu öffnen, um uns wieder zu verraten, was da drinnen ist. Ja, das ist ein Kärtchen in Kreditkartengröße, wo draufsteht Design Hotel Key Card. Genau, das ist eine Schlüsselkarte vom Design Hotel. Den Einbau daheim können wir natürlich nicht sponsern, aber diese Schlüsselkarte ist ein raffiniertes Beispiel, wie erwünschtes Verhalten quasi eingebaut wird. Durch die Kopplung der Stromzufuhr im Hotelzimmer an die Schlüsselkarte ist es ja so, das kennt, glaube ich, jeder und jede, der oder die schon einmal in einem Hotelzimmer übernachtet hat, wenn man die Schlüsselkarte rauszieht beim Verlassen des Zimmers, ist Licht aus, Stromverbrauch reduziert, Brandgefahr minimiert. Das ist die Idee dahinter. Das ist ein sogenanntes Verhaltensdesign-Element. Und diese clever eingesetzten Schubser, so wie diese Karte, das nennen wir in der Fachsprache Inclusion Nudges. Man könnte natürlich auch ein Schild aufhängen, aber die Frage ist, wie hoch ist der Prozentsatz der Leute, die dann trotzdem dieser Aufforderung folgen, im Vergleich dazu, wenn ich beispielsweise eben die Schlüsselkarte koppele an die Stromzufuhr. Zum Design Hotel Klettern habe ich jetzt eine lustige Begebenheit, die sich vor einer Woche abgespielt hat. Man kennt die Tricks, man kann eine andere Karte reinstecken und üblicherweise funktioniert es trotzdem. Das war aber schon so ein intelligentes System, wenn nicht die Originalkarte steckt, geht es nicht. Also das ist dann wirklich, sind alle Umgehungen ausgeschlossen. Ja, das ist schon die hohe Kunst. Das ist richtig. Bei den meisten ist ja nur ein Druckschalter drinnen. Das heißt, theoretisch könnte man jede andere passende Karte stattdessen hineinstecken. Trotzdem steigt natürlich mit der Verwendung dieser Schlüsselkarten der Anteil derer, die wirklich die Karte ziehen und damit den Strom ausmachen, die Brandgefahr reduzieren, doch auch beträchtlich. Man braucht dafür nicht unbedingt einen Handwerker im Unternehmen. Man kann auch selbst an den richtigen Stellen im Entscheidungsprozess herumschrauben. Was sind Inclusion Nudges und was bringen sie? Inclusion Nudges sind durchdachte Stupser mit dem Ziel, das Verhalten eines Menschen in einer vorhersehbaren Art zu verändern, ohne dabei Optionen zu verbieten oder die Absichten dieses Menschen drastisch zu verändern. Ein Beispiel. Um Strom zu sparen und die Brandgefahr zu reduzieren, finden wir in vielen Hotels nahe der Zimmertüre Kartenschlitze. Karte abziehen beim Hinausgehen, schon ist der Strom aus und die Brandgefahr reduziert. Das ist ein sogenanntes Verhaltensdesign-Element. Ein Nudge. Wir können auch eine zweite Karte verwenden und die stecken lassen, ohne uns auszusperren. Aber die Wahrscheinlichkeit dafür ist deutlich geringer. Wir müssen eben nicht bewusst nachdenken und erhalten trotzdem das gewünschte Ergebnis. Aufgeklebte Fliegen im Urinal verbieten den Männern natürlich nicht daneben zu pinkeln, sie lenken bloß den Strahl in die richtige Richtung. Man zielt besser, trifft hoffentlich und der Putzbedarf sinkt. Wie übrigens der Amsterdamer Flughafen Schiphol in einer Studie tatsächlich erhoben hat. Nudges lassen uns die volle Entscheidungsfreiheit, machen es aber leichter, das Richtige zu tun. Ein Beispiel für einen gesundheitsfördernden Stupser in der Kantine. Das Obst fällt uns beim Anstehen sofort ins Auge, die Süßigkeiten sehen wir aber nur, wenn wir bewusst danach suchen. Wir können frei zwischen Apfel und Schokolade wählen, werden aber durch die Präsentation der Produkte eher dazu veranlasst, den gesunden Apfel zu wählen. Sehr wirksame Nudges sind Voreinstellungen, die dazu führen, dass Menschen automatisch das für sie Richtige tun. Unternehmen sollten zum Beispiel ihre Angestellten dabei unterstützen, das betriebliche Angebot einer Altersvorsorge mit wirklich guten Konditionen anzunehmen. Dazu ist es besser, wenn alle neuen Mitarbeitenden automatisch an dieser Altersvorsorge teilnehmen, es sei denn, sie widersprechen binnen einer Frist aktiv. Denn die meisten von uns neigen zu einer natürlichen Trägheit und ändern nichts. Unternehmen sollten also Voreinstellungen wählen, die sicherstellen, dass Angestellte das Richtige tun, wenn sie gar nichts tun. Aus Unternehmenssicht sind Nudges besonders dort klug, wo laufend wichtige Entscheidungen getroffen werden. Zum Beispiel bei der wichtigen Entscheidung, welche Talente überhaupt für das Unternehmen arbeiten dürfen. Wir können Prozesse bewusst so umgestalten, dass wir unser Gehirn mit all seinen verfestigten Mustern überlisten. Nudges können alle strategischen Entscheidungen besser machen, bei denen wir uns vor unbewusst beeinflussten Fehlern schützen wollen. Ihr habt jetzt ein bisschen was gehört über Inclusion Nudges, also die Frage, wie wir Prozesse systematisch so verändern können, dass es zumindest unwahrscheinlicher wird, dass wir diesen unbewussten Voreingenommenheiten zum Opfer fallen. Und jetzt drängt sich natürlich die Frage auf an die Maria Wonisch. Wie geht es ihr im Unternehmen systematisch gegen Unconscious Bias vor? Ich sehe bei uns im Unternehmen grundsätzlich zwei Schritte. Der erste Schritt ist, den MitarbeiterInnen grundsätzlich einmal bewusst zu machen, dass es Bias gibt und dass wir alle davon betroffen sind. Und in unterschiedlichen Schulungsformaten und in Diskussionen wird das Thema eben aufgegriffen und einmal die theoretischen Grundlagen dazu vermittelt, um überhaupt zu verstehen, was im Bias ist. Und der zweite Schritt ist dann, dieses bewusste Wissen über unbewusste Vorurteile im Alltag einzusetzen und so gewissermaßen die eigenen Denkmuster und Voreinstellungen auszuhebeln. Und in diesem Schritt gibt es aus meiner Sicht zwei Zugänge. Das eine ist strategisch so gelenkte Prozesse, dass die Bias überlistet werden. Ich gebe dazu als Beispiel unsere Recruiting-Prozesse, wo es standardisierte Interviewleitfäden gibt, wo aber auch ein Mehraugenprinzip zum Tragen kommt und letztlich die Entscheidungskriterien gemeinsam und kritisch aus mehreren Blickwinkeln reflektiert werden. Ein anderes Beispiel sind Risikobewertungsprozesse. Da gibt es ein umfangreiches Regelwerk, wo finanzielle und wirtschaftliche Verhältnisse unter die Lupe genommen werden, die dann zu einer Krediteentscheidung führen. Und damit haben mögliche Vorurteile, die sich zum Beispiel aus einem Wohnort ergeben können oder einem fremdländisch klingenden Namen, keine Chance. Und das sind so Prozesse, die wir ganz bewusst so aufsetzen, dass sie Biases ausschalten. Sehr wichtig finde ich aber auch, dass Informelle gegenseitig aufmerksam machen auf Biases. Und das ist bei uns zum Beispiel in der Abteilung oder im Personalbereich absolut üblich, dass wir uns gegenseitig bei Pausengesprächen, aber auch bei dienstlichen Gesprächen hinweisen, wenn wir mal diskriminierendes Vokabular verwenden oder Gedankenstränge zu einseitig sind und andere Blickwinkel vergessen. Gab es da auch Widerstände oder ist es euch gelungen, irgendwie auch Widerstände abzubauen, so solche aufgetaucht sind? Ja, die Sprache, Zahlen und Bilder sind immer wirksame Mittel, um Veränderungsbedarf aufzuzeigen und Menschen mitzunehmen bei Veränderungen. Zu den Veränderungen, da gehen wir systematisch vor und ich habe es schon erwähnt, wir haben in der Erste Bank und Sparkassen Gruppe uns bewusst entschieden zu einer breiten Implementierung von Bias Trainings. Wichtig bei diesen Trainingskonzepten war und ist es, diese so niederschwellig wie möglich zu machen und vielen MitarbeiterInnen dieses Training zukommen zu lassen. Niederschwellig heißt, nicht belehrend zu sein, sondern eben mit Zahlen, Bildern, Beispielen das sehr greifbar zu machen. Wichtig ist auch die Botschaft, dass niemand Angst vor Biases haben muss und niemand böse ist, weil er Biases hat, sondern eben das zu vermitteln, die haben wir alle aus unterschiedlichen Gründen. Und wir haben ein super Feedback von allen unseren Mitarbeitern, die dieses Training von Diversity Think Tank bereits gemacht haben, dass es ihnen zumindest die Augen öffnet, hoppala, da kann und muss ich aufpassen. Widerstände zeigen sich in der Praxis natürlich immer, wenn ich jetzt an die hybride Arbeitswelt denke. Wir haben mindestens vier, oder wir haben vier bis fünf Generationen im Unternehmen, die an völlig unterschiedlichen Kommunikationsstil pflegen, die unterschiedliche Arbeitstools bevorzugen. Und wenn hier jemand zum Beispiel von der Generation Y, also die Digital Natives, auf jemand aus der Babyboomer-Generation trifft, kommt es wieder unweigerlich zu Irritationen. Und da entstehen auch Widerstände. Aber wenn man sich einmal befasst hat mit Biases, dann weiß man, hoppala, dann kann man diese Widerstände einfach fassen und verstehen. Ein anderes Beispiel ist, dass sich von Widerständen, die Biases wirken sich in unterschiedlichen Unternehmensbereichen unterschiedlich aus. Ich habe schon erwähnt, das Beispiel bei den Rekrutern. Biases bei den Rekruterinnen haben Auswirkungen auf die Qualität der Belegschaft. Bei einem Riskmanager zeigt sich das wieder ganz anders. Dessen Entscheidungen haben Auswirkungen auf das Kredit- und Kundinnengeschäft. Bei einem IT-Security-Officer haben Biases Auswirkungen auf die schnelle Bearbeitung oder auf die Art der Abarbeitung von Tickets. Das heißt, was uns gelingen muss, ist, diese unterschiedlichen Mitarbeiter in den Gruppen unterschiedlich zu erreichen. Und ein gutes Beispiel für Widerstände sind auch im Sparkassen-Kollektivvertrag hat man sich letztlich für eine gendergerechte Formulierung in rein weiblicher Form entschieden. Das hat natürlich zu einigen KritikerInnen geführt, ob das nun gut ist oder schlecht. Es führt aber zumindest zu Aufmerksamkeit und Nachdenken. Das führt mich ja auch gleich zu einer spannenden Frage. Wo siehst denn du so wirklich klare Verbesserungen? Ein bisschen hast du schon erwähnt, im Recruiting, im Kreditbereich, IT-Security-Officer. Gibt es noch anderes, wo du sagst, da sehe ich einfach, dass dadurch, dass wir Prozesse systematisch angreifen, verbessert sich was? Ja, zu Prozessen systematisch angreifen gehört vor allem auch die Kommunikation dazu. Das heißt, ich muss mein Zielpublikum auch gut im Auge haben und entsprechend auch kommunizieren. Ich kann zwei Beispiele geben. Wir haben den Prozess Women Empowerment. Das ist kurz zusammengefasst eine Begleitung von Frauen, die in Karenz und Elternteilzeit gehen und dann wieder zurückkommen. Diese Prozesse sind im Grunde genommen nichts Neues und sind seit einigen Jahren in unserem Intranet beschrieben. Und betroffene MitarbeiterInnen konnten sich immer schon an die zuständigen Stellen wenden. Das ist selten passiert. Jetzt haben wir es umgedreht, dass die zuständige Fachabteilung, und da bin ich ad personam auch dabei, alle, die in Mutterschutz gehen, aktiv darauf anspricht. Es gibt ein verpflichtendes Informationsgespräch mit Mitarbeiter und Führungskraft. Es gibt auch die Möglichkeit von Information für MitarbeiterInn plus PartnerInn. Was muss ich alles wissen, bevor ich in Karenz gehe? Wie wird sich eine Karenzzeit, eine Teilzeit und so weiter auswirken auf meine spätere Karriere auch? Also wir machen das proaktiv. Und nach diesem Gespräch entscheidet dann die betroffene MitarbeiterIn, ob er oder sie die Unterstützungsmaßnahmen in Anspruch nehmen möchte oder nicht. Also im Grunde, drinnen ist alles gleich geblieben, nur es wird anders kommuniziert. Es wird quasi das Vorgehen umgedreht eigentlich. Also hin zu einem aktiveren Vorgehen ohne Schlupflöcher, wenn man so möchte. So ist es, genau. Und die Freiheit bleibt trotzdem beim Mitarbeiter zu entscheiden, will ich das oder nicht. Anderes Beispiel aus meinem zweiten Tätigkeitsbereich. Gesundheitsprogramme waren früher so organisiert, dass man als erstes eine Interessensabfrage gemacht hat. Was interessiert euch denn? Und das, was dann so gekommen ist, das hat man dann als Angebot Gesundheitsveranstaltungen angeboten, hat sehr oft dafür zugeführt, dass viele Gesundheitsveranstaltungen Mangelsinteressenten oder Teilnehmer einfach nicht stattfinden konnten. Und ich nehme als Beispiel ein Mentaltraining. Und jetzt machen wir es so, dass wir es marketingmäßig einfach so aufbereiten, ähnlich wie bei Fluglinien. Es gibt Frühbucherangebote für die Mitarbeiter, die schon ein Jahr im Voraus planen, wann sie irgendwelche Gesundheitsveranstaltungen machen wollen. Dann gibt es auch die Last-Minute-Angebote. Wir kommunizieren auch unterschiedlich mit an Zielgruppe-Führungskräften oder an Zielgruppe-MitarbeiterInnen. Und es ist noch immer dieselbe Veranstaltung. Es ist noch immer derselbe Trainer, der das Training macht. Aber mit dieser Vorgangsweise, also wirklich zielgerichtet, die Menschen dort abholen, wo sie sind, haben wir mittlerweile ein Supersystem, wo man kaum mehr Veranstaltungen absagen müssen. Ja, das klingt spannend, weil oft sind ja dann immer die einigen wenigen, oft eh schon gesundheitsbewussten Menschen, die sich solchen Aktivitäten dann widmen. Genau, genau. Und hier holen wir auch solche ab, die vielleicht ein bisschen noch am Rand stehen oder überlegen, aber eben mit zielgerichteter Kommunikation inkludieren wir auch die, die jetzt vielleicht noch irgendwo Bedenken haben und wie auch immer. Und so funktioniert es ganz gut. Du hast das Recruiting erwähnt, auch mit Mehraugenprinzipien, mit klaren Kriterien und allen diesen Dingen. Eine Form der Prozessintervention, die durchaus viel diskutiert wird, die aber in anderen Bereichen ja sehr üblich ist, sind die sogenannten Blind Auditions. Also das ganz bewusste Anonymisieren von Bewerbungen, wie man es kennt bei Orchestern, wo das teilweise gemacht wird, dass die Musikerinnen und Musiker hinter dem Vorhang ihr Instrument spielen und wir sozusagen damit ausblenden, wer ist das, welches Geschlecht hat die Person, woher kommt diese Person und so weiter und so fort. Habt ihr mit anonymisierten Bewerbungsverfahren, weil das ist durchaus etwas, was oft sehr kritisch gesehen wird, mal darüber nachgedacht, das zu tun, experimentiert, wie geht es ihr mit dem um? Die anonymisierten Bewerbungen haben wir bei uns im Unternehmen derzeit nicht. Wir diskutieren es immer wieder, weil es Vor- und Nachteile hat. Wir denken einfach, dass unser System, das wir derzeit haben, eben mit diesen strukturierten Fragebögen und das wirklich nicht nur vier Augen, sondern in der Praxis tatsächlich sechs bis acht Augen draufschauen, dass wir Biases ausräumen und ich persönlich bin ein Fan von Diskussion und Kommunikation und es ist durchaus üblich, dass bei uns, bei, ich sage mal, Recruiting-Prozessen, wo man sich jetzt nicht ganz hundertprozentig sicher ist, dass man da eine Kollegin, einen Kollegen aus dem Personalbereich, der jetzt gar nicht aus dem Recruiting vielleicht kommt, oder auch sonst Personen, die irgendwo eine Affinität, entweder zum gesuchten Job-Profil oder so haben, dass man es einfach in der Diskussion auflöst. Warum habe ich als Recruiter, der ja dafür, der ein geschärftes Auge dafür hat, warum schlagt mein Bauchgefühl bei dem an? Und ich finde es absolut okay, dass man das Bauchgefühl da jetzt gar nicht ganz ausblendet, sondern wirklich im Zuge einer Diskussion schaut, was ist das, was mich da ein bisschen zweifeln lässt und in Summe muss ich sagen, ich habe mir wirklich gute Erfahrungen oder umgekehrt gesagt, ich könnte mich jetzt nicht erinnern, dass wir in letzter Zeit einen wirklichen Fehlgriff gemacht haben, der so ein bisschen strittig war, sondern eben einfach letztlich immer gute Lösungen gefunden haben im Diskussionsprozess. Und ich finde ein Diskussionsprozess in dem Fall noch ein bisschen zum Vorziehen vor einem anonymisierten Bewerbungsprozess, der ja auch seine Nachteile hat. Ja, das heißt, der Bias ist auch besprechbar im Team. Das ist auch etwas, was ich sagen darf. Ich sage, darf du mir etwas aufgefallen oder woher kommt dieses komische Gefühl, was wir da haben oder dieser Eindruck? Durchaus. Und es wird zugelassen und nicht nur zugelassen, sondern aktiv aufgesagt, sag du mir deine ganz andere Sichtweise oder du mir deine ganz andere Sichtweise und dann werden diese Sichtweisen wirklich auf den Tisch gelegt und letztlich dann eh, man muss dann eine Entscheidung treffen. Aber auch wenn die Entscheidung dann getroffen wird und eine Entscheidung für, ist immer auch eine Entscheidung gegen etwas anderes. Aber ich denke, es ist in Summe für den Entscheider selbst auch ein gutes Gefühl gewusst zu haben, was sind denn mögliche Einwände, die ich vielleicht selber gar nicht so gesehen habe. Aber ich kann dann meine eigene Entscheidung auch für besser verargumentieren und für mich gut stehen lassen. Gut. Zusammengefasst vielleicht auch für alle, die uns jetzt zuhören, wo siehst du die großen, klaren Verbesserungen, die sich eben durch Inclusion Nudges, durch systematische Prozessveränderungen ergeben? Das große Thema, das uns derzeit alle beschäftigt, nicht nur in der steinemächischen Sparkasse, ist Nachhaltigkeit. Und ich bin überzeugt, dass das ein Paradebeispiel ist, wo Nudges, also so kleine Schubser, zu großen Verbesserungen führen können. Weil es gerade beim Thema Nachhaltigkeit echt darum geht, diese lang geheckten Denk- und Verhaltensmuster tatsächlich einmal zu hinterfragen. Und wir machen das im Unternehmen. Wir beginnen jetzt auch, unsere Mitarbeiter aufzurufen, systematisch, aber auch jede Führungskraft individuell, wie sie das möchte, nachzudenken, wo sind so ganz, ganz kleine Dinge. Und wir haben zum Beispiel bei uns im Bereich das Thema Papier und ein papierloses Büro. Wir haben da eine super Möglichkeit gefunden, indem wir so banal den Drucker einfach nicht dort im Zentrum stehen haben lassen, wie es bis jetzt üblich war, dass alle kurze Wege haben, sondern den Drucker verbannt in die letzte Ecke des Büros, wo einfach keiner mehr hingehen mag. Man muss weit gehen, um dort hinzukommen. Und hat dazu geführt und führt noch immer dazu, dass wir wirklich immer, immer weniger drucken. Oder auch diese, ich mag sie gar nicht, diese Take-Away-Becher von unserem Coffee-to-go. Unsere Führungskraft hat uns allen im Bereich einen personifizierten Becher mit dem Namen drauf geschenkt. Das sind einfach so kleine Aufforderungen und auch Ermutigungen, eben nicht den schnellen, billigen Papierbecher zu nehmen, sondern tatsächlich sein eigenes Kaffee-Geschirr mitzunehmen. Vielen Dank für diese Einblicke, die du uns da gegeben hast. Jetzt gibt es zum Abschluss immer noch eine persönliche Frage. Wir heißen ja, oder der Podcast heißt ja die Diversität da innen. Was macht dich denn persönlich zur Diversität da innen? Ich lebe privat divers und habe keine Berührungsängste zu Randgruppen der Gesellschaft oder ich suche auch bewusst Kontakt zu Menschen, weil ich einfach zutiefst davon überzeugt bin, dass ich mich als Mensch nur so weiterentwickeln kann, wenn ich Kontakt zu Menschen habe, die anders sind, anders denken. Beruflich habe ich das Glück, als Leiterin des Gesundheitsmanagements und als Diversity Managerin jeden Tag Diversität darin sein zu können und da gibt es so viel und unendlich viel zu tun, dass ich da frohen Mutes in die Zukunft schauen kann. Super, wunderbar. Das war ein wunderbares Schlusswort. Das war die heutige Folge unserer Reihe zu Unconscious Bios oder warum wir diskriminieren, ohne es zu wollen, zum Thema Inclusion Nudges. Wir wissen jetzt, dass die steiermärkische Sparkasse hier aktiv Maßnahmen setzt, um Prozesse so zu verändern, dass Bios es zumindest unwahrscheinlicher werden. Mein Name ist Peter Rieder von der Weisity Think Tank. Ich sage danke fürs Zuhören. Dankeschön für deinen Besuch. Danke. Und an alle, die uns zuhören, bis zum nächsten Mal. Die Diversität da innen abonnieren hilft übrigens, damit ihr das alles gut mitbekommt. Wir freuen uns über eure Meinung zu unserem Podcast und beraten euch natürlich auch gerne zu Strategien und Schulungen rund um Unconscious Bios. Unsere Kontaktdaten findet ihr in der Infobox zu unserem Podcast oder unter diversitythinktank.at Die DiversitäterInnen. Der Podcast für Vielfalt, Inklusion und Unconscious Bios im Business-Kontext. Weil wir alle DiversitäterInnen sind. los!" Das ist heute intention 沒想 ac der Infobox zu Hand die DiversitäterInnen spill das das